Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Und ein Schuss! Da fackelt er nicht lange, Hauptsache weg! Da ist die Chance! Sie führen diese Partie von Anfang an mit allerhöchster Intensität, aber sie haben sich dafür noch nicht belohnt. Er probiert es mal mit dem Heber. Der Torwart ist da. Der kommt weit nach vorn. Zu an Seebe. Gefährlich, wenn er den kriegt. Kein besonders intensiver Auftakt, kein Risiko, Disziplin ist das Gebot der Anfangsviertelstunde. Weigel. Patrick Herrmann. Augen auf und ab nach vorne. Er geht zum Torhüter. Itakura. Spielt den Ball genau dahin, wo es gefährlich werden kann. Raus auf die linke Bahn. Patrick Herrmann haben wir hier. Das ist schlitzohrig. Herrmann. Ist da in einer guten Position. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Langer Pass. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Ab auf die linke Seite. Auf die Seite gespielt. Oh, aber der war sehr schwer zu verarbeiten. Es geht über die rechte Seite. Augen auf und ab nach vorne. Er geht zum Torhüter. Itakura. Spielt den Ball genau dahin, wo es gefährlich werden kann. Raus auf die linke Bahn. Patrick Herrmann haben wir hier. Das ist schlitzohrig. Herrmann. Ist da in einer guten Position. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Langener Pass. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Ab auf die linke Seite. Auf die Seite gespielt. Oh, aber der war sehr schwer zu verarbeiten. Es geht über die rechte Seite. Auf die Seite gespielt. Oh, aber der war sehr schwer zu verarbeiten. Es geht über die rechte Seite. Es ist ein Wetterchen wie gemalt für ein unterhaltsames Fußballspiel. Und ein Schuss. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Da ist die Chance. Sie führen diese Partie von Anfang an mit allerhöchster Intensität. Aber sie haben sich dafür noch nicht belohnt. Er probiert es mal mit dem Heber. Der Torwart ist da. Der kommt weit nach vorn. Zu an Seebe. Gefährlich, wenn er den kriegt. Kein besonders intensiver Auftakt. Kein Risiko. Disziplin ist das Gebot der Anfangsviertelstunde. Weigl. Patrick Herrmann. Augen auf und ab nach vorne. Er geht zum Torhüter. Itakura. Spielt den Ball genau dahin, wo es gefährlich werden kann. Raus auf die linke Ball. Patrick Herrmann haben wir hier. Das ist schlitzohrig. Herrmann. Ist da in einer guten Position. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Langener Pass. Ich denke, das war abseits. Ja, so ist es auch. Ab auf die linke Seite. Auf die Seite gespielt. Oh, aber der war sehr schwer zu verarbeiten. Es geht über die rechte Seite. Ich denke, das steht sicher. Vielen Dank.